Hallo Freunde und ja, das kennen wir doch, genau, Spookys House of Jumpscares ist zurück, das Spiel ist jetzt komplett, alle 1000 Räume sind fertig und wir haben ja ungefähr bei 750 aufgehört, vor, weiß ich nicht, das ist schon 4, 5 Wochen her und ich bin mal gespannt, was uns in den letzten 250 für krankes Zeug erwarten wird. Und, this place is finally starting to affect me, I've seen enough horror movies to know, ich hab genug Horrorfilme gesehen und weiß so her, wie man einen einfachen Geist oder zwei locker überleben kann, aber diese Monster, ja, die machen mir Sorgen, oh, neu, sieht ein bisschen aus wie das Badezimmer in Shining. Okay, wir haben ja jetzt Unlimited Stamina, Spooky hat mir das gerade, nein, okay, schön, euch wiederzusehen, alle wieder am Start hier. 755, ich bin mal gespannt, wie viele Folgen das noch gibt. Ich kann irgendwie gar nicht rennen, komisch. Ach stimmt, ich kann ja, ich kann zwar jetzt die Axt schwingen wie ein Weltmeister, aber ich kann nicht mehr rennen, komischerweise. Oh, man hat den Teppich für mich ausgelegt. Das macht mich sehr stolz. Hallo? Okay, das kennen wir alles. Ach, ist schön, wieder hier zu sein. Ich find das Spiel einfach genial. Oh! Ist klar. Ach, da, da, da. Man hätte auch, äh, locker 2000 Räume machen können. Also, ich schätze mal, Ideen hat der Entwickler genug. Ich find's ein bisschen blöd, dass wir nicht mehr rennen können. Warum können wir eigentlich nicht mehr rennen? Wir haben jetzt nur diese lila Stamina-Anzeige. Wir können jetzt hier kloppen und hämmern, ohne Ausdauer zu verlieren. Das ist ja schön und gut, aber wir können nicht mehr rennen. Vielleicht, weil wir inzwischen nach 763 Räumen so alt geworden sind, dass wir einfach von Natur aus nicht mehr rennen können. So, hier sind wir unsere Kollegen. Na, na, nicht hängenbleiben. Nicht hängenbleiben. Okay. Okay, das haben wir schon alles gespielt. Der vierte Automat ist immer noch leer. Ob da irgendwann nochmal ein Spiel draufkommt, was wir noch nicht gesehen haben. Bin gespannt. So weit, so gut alles. Hallo, Knochen! Okay. Das lila Laune Land. Hier länger nichts passiert, umso misstrauischer werde ich. 771... Ich wette, bis maximal 775 passiert was. Zumindest ein Jumpscare. Können wir schon mal betten. 173... What? Was? Oh, ich kann wieder rennen. Sehe ich gerade. Die Anzeige ist wieder grün. Das ist mir recht. Das ist mir sehr recht. Okay, 775. Nichts passiert. Ich habe meine Wette verloren. Gott sei Dank. Ach, das ist schon wieder... Links? Hä? Auch nicht? Rechts? Dann gehen wir halt rechts. Und nochmal rechts. Zweimal rechts und geradeaus. Und links. Hey! Ich bin ein Naturtalent! Yeah! Oh. Komische Musik. Komische Musik. Raum 777. Komische Musik. Woher bist du? Hallo? Okay. Ich hoffe nicht, dass das gesperrt wird hier. Wow! Watt ab, watt ab. Lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf. Oh Gott. Dieser Geist verursacht irgendwelche... äh... Halluzinationen bei mir, dass ich nicht mehr sehe, wo ich hinlaufe. Das finde ich nicht nett. Schnell weg. Schnell weg. Ah. Fuck. Fuck. Ähm. Solange diese Musik... Oh, die Waldmeisterhöhne. Oh, die da! Ja, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Schöne, bunte Farben. Komm, komm, komm. Lass mich in den Raum 800 kommen. Äh, nichts. Schnell weiter. Ich werd mal, der nächste Checkpoint wird erst in der 850 zu finden sein. Oh, komm, komm, da ist er weg, hoffentlich. Ja. Oh, komm, 800, da ist er weg, hoffentlich. Waffe ich in diesem Haus. Waffe ich in diesem Haus. Ich muss, um die Noten zu schreiben. Ich muss alles tun, was ein zentraler Protagonist würde. Und hoffe, es ist eine dieser Geschichte. In dieser obskuren Horrorreferenz, die niemand bekommt, um zu missinterpretieren, wie ein Assumption. Oh, Caddy. Okay, game saved. Aber da wir erst sieben Minuten aufnehmen, machen wir natürlich weiter. Okay. What the... Ah, das kenne ich noch gar nicht. Nicht mehr so nette Fratzen wie am Anfang. Ja, das Spiel wird, äh, echt mit der Zeit ganz schön, mhm, strange. Es fängt alles so harmlos und putzig an. Aber spätestens so ab Raum, weiß nicht, 300, 400, merkt man, dass das alles ziemlich krass hier ist. Und dass hier alle sehr krass drauf sind. Das Glibberbad. 808. Hat mich um den Schlaf gebracht. Okay. WTF? Wo bin ich hier gelandet? Was ist das? Oh, es ist eine, äh, ja, ein Anwesen. Inside another mansion. Es ist eine, ja, ein Haus in einem anderen Haus. May I have the other end, vielleicht... Haben wir jetzt den... Habe ich jetzt den Weg nach draußen gefunden? A resting place, another entrance perhaps. I think this is a good spot to rest. Das ist ein guter Ort, um zu verbleiben. Jetzt sind wir hier, äh, in einem Haus, das sich in Spookys House of Jumpscares befindet. Dann sieht man mal, wie riesig diese Bude eigentlich ist, dass da gleich mal ein anderes Haus drin Platz hat. Wird ja immer krasser. Und die Wände sehen auch sehr strange aus. Was ist das? Paprika! Schön. Ich mag keine Paprika. Aber egal. Vielen Dank. Vor allem mag ich... Naja. Miss Manson... Manson is Drake. I think the bricks and wood I ever just painted is. Ich denke, das Holz und die Ziegelsteine sind nur aufgemalt. Alles fühlt sich an wie ein Fake. Äh, ich höre Stimmen hinter mir. Vielleicht sind das andere Überlebende, die sich hier unten versteckt haben. Das sieht doch cool aus. Ja, wow. Gehen wir mal. Bevor wir die Treppe hochgehen. Ich glaube, jeder Raum führt so eh wieder. Moment, was ist das? Oh! Bedroom Key picked up. Okay. Und wir landen wieder hier. Jetzt gehen wir mal in den Bedroom. Okay. Ist er das? Hä? Hä? Ja. 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 What? What? Was für eine seltsame Musik? Schrank? Oh! Ich kann mich im Schrank verstecken. Ist ja wie in Amnesia. Warum muss ich mich im Schrank verstecken? Ist da draußen jemand? Hallöchen! Was? 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 Was ist das denn? Danke fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss! Ich drehe mich nochmal. What the shit! Okay, da müssen wir höllisch aufpassen. Ja, du bist ein ganz Süßer. Aber du kannst auch böse werden, fürchte ich. Ich drehe mich an. So... Oh... Oh... So... Halleluja Baby... Yes... Du Mist-Sau, du Blöde.